Was war die Disney-Filme? Mein erstes Mal im Kino, also das waren halt die Disney-Filme, sowas wie Bernhard und Bianca, aber das, was mich das erste Mal wirklich beeindruckt hat, waren so Filme wie die Bud Spencer-Filme. Ich glaube, an das ich mich wirklich gut erinnern kann, ist Krokodil und Sanilpferd, Bud Spencer und Terence Hill. Und meine Großmutter dachte, sie geht mit uns in einen Disney-Film über ein Krokodil und ein Nilpferd. Und ich frage mich heute noch, wie hat man als Sechsjähriger mitbekommen, dass das wirklich gute Filme sind? Auf dem Schulhof, im Kindergarten oder so, weil es gab ja nicht Fernsehwerbung oder so. Und das hat uns viel Spaß gemacht, so diese ganzen Bud Spencer, Louis Defini-Filme und Hallervorden natürlich. Also mein erstes Mal im Kino, das war in Südafrika und das war ein Zeichentrick-Film und zwar, ja, Ducktales, genau, Ducktales. Das war groß, also ich war ja noch gar nicht, ich war fünf, glaube ich, oder sowas. Und das ist das, was es heute ja eigentlich auch noch sein soll, nämlich halt ein Erlebtes, also ein echtes gewesen. Und das bleibt schon in Erinnerung. Ein guter Kinderfilm unterhält die Kinder, nimmt die Kinder ernst als Publikum, aber hat die Zuschauer, die Erwachsenenzuschauer auch im Blick. Das heißt, wenn der Vater und die Mutter sich gut unterhalten fühlen, das Kind aber auch total begeistert mitgeht, dann ist das so irgendwie der perfekte Kinderfilm. So, eines der besten Beispiele für mich ist die Vorstadt-Codele von Christian Ditter, wo wirklich die Erwachsenen begeistert drin saßen und die Kinder natürlich eine komplett neue Welt einer Bande, eines Abenteuer-Krimis erfahren haben. Ich erinnere mich an die unendliche Geschichte zum Beispiel, die eigentlich ja fast eher ein Erwachsenenfilm war und ich habe ihn als Kind geliebt und vergöttert. Und das ist letzten Endes das, finde ich, was einen Kinderfilm ausmacht. Und manchmal habe ich heute sogar das Gefühl, dass wir, wir tendieren manchmal dazu bei Kinderfilmen, heute die Kinder in dem Sinne, also ich weiß nicht, ob man sagen kann, zu ernst zu nehmen, aber in dem Sinne ernst zu nehmen, dass man dann versucht, es kindlicher zu machen. Und wenn ich mich erinnere, wie hart und düster und manchmal auch brutal die Filme waren, die ich früher angeschaut habe als Kind, die aber ganz klar Kinderfilme waren, dann habe ich manchmal das Gefühl, dass wir heute da einige schon fast wegnehmen. Und da ist hier der Film von meinem Kollegen eigentlich ein super Beispiel. Der hatte das. Also ich finde, der Jim Knopf, der hat durchaus genau das. Den finde ich schon zwischendrum auch heftig. Und das finde ich aber das Tolle. Also das ist das Tolle dabei. Also das ist genau das, wo ich das Gefühl habe, Kindern macht das trotzdem Spaß. Die wollen sich auch große. Ich glaube, die Verantwortung, einen Kinderfilm oder einen Film für Erwachsene zu produzieren, ist überall gleich groß. Es geht überall um Werte und auch Sachen zu vermitteln, die halt in Ordnung sind. Und wir, natürlich sollte man bei einem Kinderfilm und einem Jugendfilm und einem Familienfilm nicht plötzlich große Tabubrüche zeigen, den Kindern, die irgendwie falsch beeinflussen. Aber ich glaube, in dem Moment, wo man als Produzent sein Publikum immer ernst nimmt und versucht, sie zu unterhalten, versucht, ihnen eine Geschichte mit auf den Weg zu geben, kommt das mit der Verantwortung und aber auch dem richtigen Umgang mit dem Stoff schon von selbst. Die Reise mit Jim Knopf begann vor 18 Jahren. 2001 kamen wir auf die Idee, Jim Knopf zu verfilmen, sind zu den Erben gegangen von Michael Ende, weil Michael Ende hat dieses Buch geschrieben und war leider schon gestorben. Dann hat es so zwei, drei Jahre gedauert, dass wir sie überzeugen konnten. Wir hatten zu dem Zeitpunkt schon 150 Seiten Konzeption, Production Paintings, eine Umsetzungsadaption, alles aufgezeichnet. Dann haben wir die Rechte bekommen und dann hat es nochmal zehn, zwölf Jahre gedauert, das Geld aufzutreiben. Wir hatten verschiedene Starts. Wir haben x-mal versucht, die Produktion an den Start zu bekommen und irgendwann haben wir dann zusammen mit der Warner und dem Willi Geicke es geschafft, das Geld zusammen aufzutreiben. Und ich glaube, es waren auch verschiedene Regisseure und verschiedene Drehbuchautoren beteiligt. Und uns allen war es immer wichtig, diese Geschichte einer Reise von zwei ungleichen Menschen zu erzählen, auf der Suche nach echter Wahrheit. Wo komme ich her? Was bin ich? Und dann diese ganzen Abenteuer, die Drachenstadt, der Scheinriese. Das sind ja wunderbare Parabeln, die Michael Ende da aufgeführt hat und eine Reise, die jeden von uns anderen in der Jugend anders berührt hat. Ich war ein Riesenfan von der Puppenkiste, der Drehbuchautor von dem Roman. Dennis Gansl hat irgendwie hunderttausendmal das Hörspiel gehört, was Michael Ende selber gesprochen hat. So hat jeder seine Erinnerung und das versuchen wir oder haben wir versucht, in dem Film auch weiterzugeben. So eine Art, das Beste des kollektiven Gedächtnisses, das reinbringen in einen großen Familienkinderfilm. Jim Knopf und Lukas der Dokumentivführer so umzustellen, dass man was ganz anderes draus macht, das würde dem Werk von Michael Ende nicht gerecht. Das darf man auch nicht, man darf es auch nicht so modernisieren. Oder haben da auch eine große Verantwortung. Das heißt, das Scheitern oder die Möglichkeit zu scheitern bei so einem Roman, der so viele Erwartungen hat vom Publikum und so viele Erinnerungen. Das ist das Nummer-eins-Vorlesebuch, so Einsteiger-Vorlesebuch. Es ist die Puppenkiste, die uns geprägt hat. Und da muss man schon ganz vorsichtig sein. Man glaubt immer, wenn man so eine Marke hat, dann wird das schon funktionieren und dann ist das eine sichere Sache. Aber da kann man sich leider nicht drauf verlassen. Jeder Film ist anders. Man weiß nicht, wie das Publikum reagiert. Wir hatten das beste Beispiel. Wir hatten einen Film, wo jeder sich sicher war, der macht 1,5 bis 2 Millionen Zuschauer. Der Film hatte zwei wahnsinnig erfolgreiche Comedians drin. Der Film basierte auf einer Romanreihe, die eine Milliarde Exemplare verkauft hat. Eine der bekanntesten Marken seit den 60ern. Und der Film, das war Jerry Cotton, der hat nichtmals 100.000 Besucher gemacht. Was mich an Rocker für mein Langspiel-Film-Debüt gereizt hat, war am Ende des Tages das Drehbuch. Also das Drehbuch wurde uns angeboten von Steffi Ackermann und Heli Martinek hat das geschrieben. Und das war ein wunderbares Buch. Und man las sofort in der Fassung, die wir bekommen haben. Danach sind wir überhaupt nicht mehr in so viele andere Überarbeitungen gegangen, weil das war einfach eine unglaublich runde Geschichte. Das hatte genau die Punkte, über die wir gerade gesprochen haben, finde ich, was einen Kinderfilm ausmacht. Das hat eine Ernsthaftigkeit für Kinder. Das hat einen großen Spaß für Erwachsene gerade in den Dialogen sofort gehabt. Das hat eine wunderschöne Mädchenfigur gehabt, die, auch wenn sie originär ist, eigentlich für mich sofort ein Potenzial hatte, eine eigene Marke darzustellen. Und das waren die Sachen, die mich daran reizen. Zusammen mit einer ganz tollen Kombination, finde ich auch, dass es einfach ein Film ist, der durchaus auch, ich sag mal, gewisse Werte vermittelt oder Ideen hat. Und die aber nicht voll irgendwie mit der Eimer irgendwie auf die Glocke drauf, sondern ich finde es schon so, dass man es versteht. Dass es auch Kinder verstehen, aber eben mit einem Humor dabei und trotzdem ganz klar auch mit einem Anspruch. Der Kern der Geschichte von Rocker ist am Ende des Tages ein Mädchen, was einen ganz eigenen Blick auf die Welt hat, weil das Mädchen anders aufgewachsen ist. Und dieser Blick, der hat was sehr Unschuldiges, der hat was sehr Naives und trotzdem auf eine sehr intelligente Weise naiv. Und das ist was Wunderschönes, finde ich. Ich erinnere mich immer, ich habe als Schauspieler angefangen und ich hatte damals immer so bei mir im Zimmer einen wunderschönen Satz von Max Reinhardt hängen, der gesagt hat, Schauspieler sind dafür da, um ihre Kindheit heimlich in die Tasche zu stecken, um bis ans Lebensende weiterzuspielen. Und das ist genau das. Das ist eine ganz große Unschuld und ein Blick auf die Welt, der einen Augen öffnen kann, weil er was Neues, Frisches hat. Man macht ja einen Film aus einer eigenen Motivation heraus. Und der Grund, den man selber hat, den Film zu machen, der sollte oder ist zumindest bei mir auch aus einem Bedürfnis heraus, diese Geschichte zu erzählen. Und dadurch übernehme ich sofort eine Verantwortung für die Geschichte, die ich da erzähle und für das, was ich damit darstellen will. Das ist im Endeffekt genau das Gleiche, glaube ich, ob ich für Erwachsene die Geschichte erzähle oder für Kinder. Was ich aber spannend finde, ist tatsächlich, ich finde, wenn man über Verantwortung redet bei einem Kinderfilm, dann fällt mir sofort mehr der Dreh selber ein. Und die Kinder, mit denen man arbeitet am Set und die man da begleitet. Weil das ist mir schon aufgefallen, du prägst in dem Moment ein Kind oder mehrere Kinder, die mitspielen, schon auf eine, glaube ich, sehr existenzielle Weise. Also, weil das ist natürlich eine Erfahrung, die macht ein Kind in so einem Alter so früh, so etwas Außergewöhnliches irgendwie zu machen, wie so einen Filmdreh. Und diese Aufmerksamkeit, die einem dadurch auch irgendwie zuteil wird und die Aufgeregtheit und all diese Dinge. Oder auch hinten raus, wenn der Film dann ins Kino kommt. Und ich finde, das ist eigentlich so die größte Verantwortung und der größte Unterschied für mich zu einem Film nur mit Erwachsenen sozusagen. Also, weil diese Verantwortung für das Kind zu haben und die als Schauspielerin, die ich damit existenziell präge für, glaube ich, den Rest ihres Lebens. Das ist etwas, worüber ich mir schon in der Zeit relativ viele Gedanken gemacht habe. Im Kopf geblieben ist eine Szene mit Cordula Stratmann und Fahri Adim, wo wir unbedingt das Eichhörnchen brauchten, wie es bei Cordula Stratmann hinter ihr durchläuft. Und die beiden unterhalten sich aber, Fahri und Cordula. Und Rocker sitzt auch noch da. Und unser Kameramann, der Thorsten Breuer, hat immer unglaublich versucht, wirklich das irgendwie einfangen zu können. Aber ich glaube, Cordula hat diese Sätze, die sie da sagen musste, 70 Mal gesagt. Und mit einer Mordsgeduld dabei und einer Ruhe und einem Humor und gerade im Zusammenspiel mit Fahri war das unglaublich großartig. Und das war für mich eigentlich so mit symbolisch für den ganzen Dreh. Es braucht sehr, sehr viel Geduld. Es braucht einen Spaß, der auch trotz dieser nötigen Geduld mit Tieren und Kindern irgendwie entsteht. Und da waren Cordula und Fahri in dem Moment für mich sehr, sehr prägend. Was ich interessant fand, war die Unschuld, mit der Solomon Gordon, unser Jim Knopf, das gespielt hat. Und wenn wir da das erste Mal in Lummerland, das haben wir in Potsdam-Babelsberg auf dem Gelände, vom Filmpark und vom Studio gebaut, dann wurde da die Lokomotive mit dem Kran draufgesetzt, die Emma, Lukas kam und Solomon und allen blieb die Spucke weg. Und zwar sozusagen für alle, die die Kindheitserinnerung, die kam. Und Solomon hat überhaupt keine Ahnung. Der hat gar keine Ahnung, warum die Leute alle so positiv auf ihn reagieren, warum die Kinder bei Drehort besuchen, schier ausflippen, wenn sie ihn sehen, weil er damit nicht groß geworden ist. Er kennt nicht den Roman, er kennt nicht die Puppenkiste, die Familie ist damit nicht sozialisiert worden. Und in Westdeutschland kennt das so gut wie jeder. Der Jim Knopf und die Geschichte hat eine Bekanntheitsgrad von 90 Prozent, aber in England natürlich nicht. Es läuft gut im Kinderfilm, auch wenn ich da natürlich nicht auf so eine lange Erfahrung zurückblicken kann, wie Christian. Aber was ich mir schon wünschen würde oder was wirklich auffällig ist, ist, ich habe es gerade jetzt mit unserem Film mit Rocker gemerkt, wo man hat es schon wirklich schwer mit einem originären Stoff. Also es gibt diese Beispiele mit Jerry Cotton oder sowas, wo du sagst, okay, du hast keine Ahnung, obwohl das so ein riesen Label ist, dass der am Ende hinten daraus abkackt. Aber mit einem originären Stoff so durchzukommen, ist noch viel schwieriger. Und wir hatten jetzt gerade mit dem Wetter auch noch ein bisschen Pech dazu. Aber am Ende des Tages, ich würde mir total wünschen, dass man mit so originären Stoffen trotzdem irgendwie gut durchkommt und viele Leute erreicht. Und das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, glaube ich, wie man sowas schaffen kann. Ich persönlich glaube, am Ende des Tages ist es immer ein Risiko, einen Film zu machen. Und man weiß es bei keiner Geschichte. Man hat irgendwie so seine Anhaltspunkte. Das ist, was Christian vorhin aber auch schon sagt. Wenn es irgendjemand wüsste, dann wäre es auch wahrscheinlich schon langweilig. Und keiner weiß es. Und das weiß ich beim Kinderfilm genauso wenig wie bei einem Film für Erwachsene. Daher glaube ich nicht, dass es ein größeres Risiko ist. Es ist eine andere Zielgruppe. Und manchmal ist sie vielleicht kleiner oder größer. Das kann man sich vorher zumindest anschauen. Aber das Risiko ist, glaube ich, gleich. Das Risiko, einen Kinderfilm zu machen, ist so ein bisschen in Bezug auf das Budget. Das heißt, wenn ich weiß, der Film richtet sich an vier bis acht Jährige, dann weiß ich, es können maximal so und so viel vier bis acht Jährige reingehen. Also darf dieser Film keine 15 Millionen kosten. Das heißt, ich muss da auch so ein bisschen die Zielgruppe im Griff oder im Auge halten in Bezug aufs Budget. Trotz allem, glaube ich, gibt es kaum was Schöneres, wenn man da mit 800 Kindern beim Goldenen Spatz sitzt. Die gucken Huibu und sind total am Ausrasten. Und schreien, gucken weg, freuen sich, lachen oder so. Und dann weiß man, da hat man was Richtiges gemacht. Egal, wie erfolgreich oder kommerziell er ist. Wenn man die Kinder in ihrer Jugend prägen kann. Und ich mache so gerne Kinderfilme, weil mich sehr viele Filme in der Jugend geprägt haben. Und ich mich daran erinnere, wie unglaublich begeistert ich war. Und wenn man das so ein bisschen weitergeben kann. Das ist schon das Tolle an unserem Beruf.